Yo, was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute bin ich alleine, weil heute ist etwas sehr Schlimmes passiert und das möchte ich euch erzählen. Ach du verdammte Scheisse. Wir willst mich verarschen oder was? Ach du Scheisse. Wir müssen leider Abschied nehmen. Heute ist mir etwas sehr Schlimmes passiert, liebe Freunde. Und zwar, ich war auf der Autobahn. Mit dem Auto. Dann habe ich das Fenster runtergelassen und habe meinen Kopf rausgestreckt. Ich weiss nicht, warum ich das gemacht habe. Ich musste einfach etwas machen, was dumm ist. Und es hat sehr fest gewindet. Und dann auf der Autobahn ist meine Mercedes-Benz Snapback rausgeflogen. Die war von Lewis Hamilton. Diese Kappe war von Lewis Hamilton. Und jetzt müssen wir von dieser Kappe Abschied nehmen, leider. Das ist sehr tragisch. Es tut uns allen weh. Allen ist uns diese Kappe nahegelegen. Ich werde euch jetzt hier ein paar Bilder einblenden von dieser Kappe. Die hatte ich auch sehr viel in Videos an. Und jetzt habe ich sie einfach nicht mehr. Diese Kappe war nicht günstig. Das war meine Lieblingskappe. Ich habe die immer angehabt. Jeden Tag, egal wohin ich gegangen bin. Und jetzt ist sie einfach weg. Diese Kappe kann man einfach nicht ersetzen. Jetzt habe ich sie einfach nicht mehr. Ja. Freunde. Ich möchte euch mit diesem Video sagen. Passt auf, was ihr für Dummheiten auf der Strasse macht. Steckt nicht euren Kopf vom Fenster aus, wenn ihr eine Kappe trägt. Weil sonst ist sie weg. Ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend, liebe Freunde. Also wenn das... Wenn das wieder rauskommt, ist es gar nicht mehr Sonntag. Bin ich dumm. Auf jeden Fall. Ich wünsche euch alles Gute. Passt auf, euch auf. Passt auf, was ihr macht. Schreibt mal in die Kommentare, mich interessiert das. Schreibt mal in die Kommentare, falls euch sowas auch schon passiert ist. Schreibt es mal in die Kommentare. Dann werde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Danke fürs Zusehen. Tschau. Andiamo comandou. Andiamo comandou.